So, Freunde, willkommen zurück zu Let's Play, jetzt über Kassel Wiener 4. Bäm! Ähm, letzter Part ein wenig frustrierend, aber passt schon. So, das hab ich nicht vergessen. Let's Play, jetzt hab ich ein bisschen Problem bereitet, aber jetzt wird's ja. So. Bum, 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 aufpassen. Nicht krepieren. Ich hab nicht nur reinnehmen. Rein! Ne! Hallo? Gut, dann geht's nochmal. Bum, so, kaputt. So. Yes, ein Name! Sehr schön. Oh, nice! Jetzt muss ich versauen. Yes! Wie geil! Das haben wir ordentliche Podos! Wow, Alter! Geld überfluss! Boah, wie Geld! Das ist geil! Alles Geld verdient! Cool Sache! So, boom! Oh, ja! Nice! Hier waren wir ordentliche Farm! Danke! Ihr wisst euch meine! Oh, ja! Das war nice! Was? Goine! Das ist ein kurzer Schnitt, Freunde! Wartet! Und wir haben... Oh, die ist im Haus, Mann! So! Ich kenne es nicht an! Nein! Drumstick! Drumstick! Äh... Was heißt jetzt? Ich weiß es nicht! Was? Ja! Oh! Was ist es denn heute? Ok. Ich muss beấyst den Schaden. –OK. Das geht nach so weiter. Schaden. –Uah. –Ich muss auffassen. –Gut. –Nein. –Ganz ruhig. –Bumm. –Bumm. Okay, Panik Was ist jetzt? Nein! Oh Gott! Nein! Komm schon! Hallo? Oh nein! Schlech! Ufff! Yes! Freunde! Erfolge! Puh! Na lief doch! Guten! Ähm! Nein! 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 Oh! Was? Ähm! Okay! What's happening? Oh! Musik! Moment, die Musik kommt, ist ja bekannt vor! Hm! Lange Brücke? Nee! Oh mein Gott! Freunde, du kommst raus! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Clock Tower! Oh Gott! Das kann aber scheiße werden! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Der Clock Tower! Oh Gott! Die Musik kommt auf! Oh Gott! Oh Gott! um angst kommentiert und kaputt kai und machen da hat das versteckte leben ja schnell da da die musik ist echt geil ich glaube die Musik ist einfach Bamfyler Killer bin mir auch unsicher wow ja ein wenig Scam machine also ich habe Respekt vor diesem Ort weil der ist heftig also war bis jetzt noch einen anderen Kidwane spielen von der mann, das genau so heftig ist wie damals Hallo? Nein! Aghh! Möller? Hallo? Hallo? Oh! Oh! Geschlafen! Jetzt ist doch gerade gerade fest, dass der Boden einreißen kann. Nein! Okay, jetzt passiert. Sekunde! Ähm, wieder da... Was? Okay. Was? Wie arschig! Oh, wie fies! So. Ähm, da fack, da fack, da fack, da fack... Oh! Oh Gott, der Ort! Oh Gott, das wird ja immer besser! Nein! 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 Mh! 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 Scheiße! Echt, ich denke, ich bin schon wiedergekommen! Oh, nervt euch schon scheiß Gelett zu! Ja! Da da da! Da... Ich wollte schon sagen... Ist wieder ohne Subwappen, ey! Aha! Ähm... Ja, ganz geil! Ja, ganz geil! Wie mache ich denn das jetzt? Na ja, ganz geil! Um... Ja, ur... Uh... So. Was? Schreck. Kurze Sekunde. Hatte schon Angst, man! Boah, der Schaden! Okay. Was? Sekunde, Freunde. Ich hab's euch erklärt. Und wenn er mich anzufangen weiß, dem kann ich auch nicht helfen. Ja, ist klar, dass ich mich nicht helfe. Mann! Da, 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 da. Nein, Mann! Oh! Ist doch! Bunkerfurt! Oh! Ich glaub's ja nicht! Jetzt geh weg! Oh! Oh, Mann! Oh, Mann! Äh! Pff! Ja! Also, im Jahr, wo waren wir gerade? Ich weiß es nicht, warum hab ich mich jetzt aufzunehmen, ey! Von der Spiel! So, ich hab mal getrunken, als ich nicht habe, wobei ich gar nicht trinke. Komm her, vom Tod so! Eigentlich hab ich die Lösung gekommen, ey! Das spart doch ne Menge Probleme, ne? Das spart doch ne Menge Probleme, ne? Nein! Nein! Ach jaaa! Diese Spähevolle, die oft kommt beim Spielen! Diese Freude, diese Euphorie, die ich vor allem teile! Äh! Ja! Jetzt... Sonst geht's nicht schneller als du! Jetzt hab ich keine Muskeln! Du bist... Du bist durchverschlusst! Boom! Ey! Jetzt vergleich die ganze Zeit mit der Stelle! Ohne Scheiße, ey! Ich mach das gleich aufs Green! Ich kann das wieder passen, was mir so noch vorstellst. Das macht's nur unnötig länger! Für mich! O거�'ah! What i'm not warming! Gib i Habas! Pess! Pess! Pess Speaker sort Yes! And it was is yah O was will ich mir das bekommen? Halleluja! Hoch sein Leben, hoch sein Leben Jho Jho Sekunde. Und wieder da. Ich hätte schon fast die Spundtasse durch. Das wäre mir wieder in Ruinen gewesen. Oh! 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 Meine Güte. Ein einfach fremder Ort. Oh! Nein! Ach ja! Diese Freude, die aufkommt. Überleg mal, ich müsste jetzt ganz viel von vorne spielen. Oh, die war ich. Die Idee mit VR-Splash und Gamepad, das ist immer sympathischer. Aber lass das so sein. Bisschen Frustmanns hier sein. Oh! Dafür, glaube ich, der Name ist besser. Naja. Oh! Knapp! Häh! Hey! Was war das jetzt denn? Da, 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 da Oh! Ähm! Ja! So viel dazu. Und down! So, und Freunde, ich muss mal sagen, ich würde mal sagen, ja, Ende des Parts, Frust, aber bis zum nächsten Mal, ciao.